Es wird immer mehr über die Gesundheit unserer Kinder und auch der Erwachsenen gesprochen und diskutiert. Das Tanz-Fitness-Programm Jazzercise aus den USA hat sich in den letzten zehn Jahren in Österreich etabliert und es werden bereits allein im Land Salzburg an acht verschiedenen Orten Kurse angeboten. Fitness, die Spaß macht, aufgebaut auf tänzerische Basis, kombiniert eine Jazzercise-Stunde, Herz-Kreislauf, Muskeltraining und Stretching. Also eine Jazzercise-Stunde beginnt so, es beginnt mit einem Warm-up, mit einem sanften Warm-up, wo vom Nackenmuskulatur, Schultermuskulatur, Brustmuskel bis zu den Beinen alles sanft aufgewärmt wird, steigert sie dann relativ schnell auf High Impact, also wird dann relativ flott, dass die Ausdauer ein bisschen gesteigert wird und geht dann wieder langsam runter in dem Teil und zum Schluss wird dann noch Kraftübungen, Bauch, Bein, Po, dazu gemacht, was auch eben mit Yoga, mit Pilates gemacht wird. Und zum Schluss wird es immer beendet mit einem Stretch. Jazzercise setzt sich aus Jazz-Tance, Kickboxen, Yoga und Pilates zusammen und wird ausschließlich von diplomierten Jazzercise-Instruktorinnen unterrichtet. Jazzercise ist und bleibt ein Training, das den Körper formt. Tanzen wirkt sich fantastisch auf die Fettverbrennung aus, nämlich acht Kalorien pro Minute. Als Mutter von vier Kindern habe ich nicht sehr viel Zeit. Ich bin nebenbei auch berufstätig und Jazzercise ist wirklich eine gute Sache, wenn man eine Stunde am Tag für den Körper etwas tut und sich selber fit hält. Und man schafft es eben auch als Mutter von vier Kindern, das in den Tag zu integrieren. Für das Ausdauertraining werden auch Stepper oder Handeln in das Tanzprogramm eingebaut. Zu Jazzercise kommen gerne Frauen, die wirklich gerne tanzen, was sie gerne bewegen, was sie die Figur bis vielleicht ein bisschen formen möchten, vielleicht ab und zu ein bisschen abnehmen oder einfach nur aus Spaß zum Tanzen kommen. Und ich habe wirklich Frauen von 16 bis 70 da, also jetzt kann ja jeder mitmachen. Es ist nicht nur, dass man mitspringen muss, man richtet sich eigentlich auf diese eigene Kondition. Es sind einfache Tanzschritte, was zum Mitmachen sind. Jedes Lied wechselt die Choreografie. Derzeit wird Jazzercise in St. Johann, Bischofshofen, Bad Hofgastein, Mühlbach, Altenmarkt, Radstadt, Großarl und Maishofen angeboten. Also ich mache jetzt schon über zehn Jahre mit den Kindern Jazzercise, Junior Jazzercise und die Kinder machen es wirklich gern. Bis jetzt hat es für Burm immer Fußball gegeben. Seit einigen Jahren gibt es auch Jazzercise für die Mädchen und weil es gern tanzen. Wir machen Choreografien, besonders für irgendwelche Anlässe, so wie heute. Wir haben heute Weihnachtsfeier gehabt als Abschlussfeier von diesem Jahr. Und da können die Kinder mal die Eltern zeigen und die Verwandten, was sie wirklich gelernt haben und was sie gern tun. Und die Kinder mögen es wirklich voll gern Jazzercise und bewegen es auch gern und lernen irrsinnig schnell, muss ich sagen. Die Kinder lernen spielerisch, sich zur Musik zu bewegen. Es herrscht kein Druck und den Kindern soll Tanzen einfach Spaß machen. Ich gehe jetzt schon das dritte Jahr Jazzercise und mir macht es halt voll Spaß. Und meine Cousine, die geht auch mit mir. Und das Wichtigste ist für mich bei Jazzercise, also dass man einfach Spaß hat. Ich finde das voll gut und es gehen auch viele Freunde von mir Jazzercise und durch die bin ich auch auf Jazzercise gekommen. Ich mag Jazzercise auch so gern, weil wir immer neue Choreografien einlernen und mit der Michaela ist immer voll lustig. Und weil es immer halt Spaß mit uns macht und auch manchmal eine Witze erzählt, dass wir immer lachen müssen. Zu den neuesten Musikhits können sich Kinder mit Spaß an ein regelmäßiges Training für Körper und Geist gewöhnen. Haltung, Beweglichkeit, Gleichgewicht, Koordination und Muskelkraft werden spielerisch trainiert. Ich war schon mal Jazzercise und habe dann mit fünf Jahren aufgehört. Und jetzt bin ich wieder dabei und jetzt tage ich so viel. In Pongau und Pinzgau erfreut sich das Ganzjahresfitnessprogramm Jazzercise immer größerer Beliebtheit.